Ich wurde gebeten, doch mal etwas über Prokrastination zu sagen. Hallo, liebe Deutschlernende! Heute geht es, wie gesagt, wieder um ein Thema mit Bezug zur persönlichen Entwicklung, also Prokrastination. Das ist ein schwieriges Thema und viele Leute haben ja Probleme damit. Viele Leute haben das Problem, dass sie etwas immer weiter hinausschieben. Sie schieben es vor sich her und tun es nicht und fühlen sich schlecht. Sie prokrastinieren und wie kann man dieses Problem lösen? Nun, ich habe mehrere Gedanken über dieses Thema. Ich bin kein Experte, ich prokrastiniere selber manchmal. Insofern ist das ein Problem, was ich selber auch habe. Aber hier sind ein paar Gedanken für dich, die du dir auch überlegen kannst. Sag mir bitte, wenn du noch mehr Gedanken hast, schreib sie in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was du denkst. Also ich denke, es könnte sein, dass Prokrastination so etwas wie ein passiv-aggressiver Widerstand ist. Wenn man etwas eigentlich nicht tun möchte, auf der anderen Seite aber denkt, man muss es tun, dann kann es sein, dass man einen passiv-aggressiven Widerstand dagegen hat. Dass man Dinge unternimmt, um es vor sich herzuschieben. Das nennt man auch die Rache des Sklaven. Wie kann sich ein Sklave rächen? Ich stelle dir vor, ein Sklave muss im Feld arbeiten zum Beispiel und der Sklaventreiber sagt, arbeite, los! und der Sklave hat keine andere Wahl. Wie kann er sich rächen? Nun, die einzige Art, wie sich ein Sklave rächen kann, oder eine der wenigen Arten, wie sich ein Sklave rächen kann, ist einfach, langsam zu machen oder sich dumm zu stellen. Deswegen ist Sklaverei nicht nur ethisch, sondern auch praktisch nicht gut, weil Leute, wenn sie unter Zwang sind, arbeiten nicht so effektiv, als wenn sie es aus freiem Willen tun. Und so ist das bei der Prokrastination vielleicht. Wenn ich mich gezwungen sehe, etwas zu tun und es eigentlich nicht tun will, dann räche ich mich an den Sklaventreiber, indem ich einfach langsam mache, indem ich mich dumm stelle, indem ich es vor mir herschiebe. Das ist die Rache des Sklaven. Und der Sklaventreiber, in diesem Fall kann auch ich selber sein. Wenn ein Teil von mir sagt, ich muss es machen und ein anderer Teil sagt, ich möchte es aber nicht, dann habe ich einen inneren Konflikt. Ich habe einen inneren Konflikt und ich bin mein eigener Sklaventreiber. Oder es sind die Eltern. Also die typische Geschichte zwischen einem pubertierenden Sohn und den Eltern ist, dass die Eltern sagen, räum dein Zimmer auf. Und der Sohn sagt, nein, ich möchte mein Zimmer nicht aufräumen. Obwohl es gut ist, sein Zimmer aufzuräumen. Das ist schon aus psychologischen Gründen sehr hilfreich. Wenn man sein Zimmer aufräumt, dann reflektiert man im gewissen Sinne auch seine eigene Psyche. Also das Zimmer repräsentiert in gewisser Weise die Psyche. Und wenn man klein anfangen möchte, sich zu verbessern, dann kann ein aufgeräumtes Zimmer ein guter Anfang sein. Und manche Leute wollen ihr Zimmer nicht aufräumen. Und deshalb prokrastinieren sie es. Weil jemand anders sagt, also zum Beispiel die Eltern, die Eltern sagen, räum dein Zimmer auf und dann ist das aber von oben. Also von jemand anders kommt das und nicht von mir selbst. Und das ist auch der Grund, warum ich denke, ein guter Weg, Prokrastination zu vermeiden, ist, sich zu fragen, was möchte ich wirklich tun? Das ist mein zweiter Tipp. Frage dich, was möchtest du wirklich tun? Was sind die Vor- und Nachteile von dem, was du tust? Denn vielleicht gibt es auch Vorteile, wenn du prokrastinierst. Sonst würdest du es ja nicht tun, rein psychologisch gesehen. Alles, was wir tun, ergibt irgendwie einen Sinn. Wir erfüllen irgendwie ein Bedürfnis mit allem, was wir tun. Auch wenn es destruktiv ist, auch wenn es ineffektiv ist, erfüllen wir doch irgendein Bedürfnis mit allem, was wir machen. Sonst würden wir es nicht tun. Und so hat das Prokrastinieren vielleicht auch Vorteile. Vielleicht ist es unangenehm. Vielleicht ist es unangenehm, diese Sache zu tun. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich muss dieses Gefühl nicht spüren. Ich habe das Gefühl, wenn ich es ewig vor mich herschiebe, dann kann ich es ganz vermeiden. Oder ich mache andere Dinge, die wichtiger sind. Das ist auch ein Vorteil des Prokrastinierens. Es gibt zum Beispiel so eine Idee, das Konzept des strategischen Prokrastinierens. Prokrastinieren im guten Sinne. Weil es manchmal Vorteile hat, zu prokrastinieren. Wenn ich zehn Aufgaben erledigen muss und neun sind nicht so wichtig, dann prokrastiniere ich die neun Aufgaben und kümmere mich um die eine Aufgabe. Also, das ist mein Haupttipp oder das ist, was mir am meisten hilft. Wenn ich mir bewusst mache, was möchte ich wirklich, was sind die Vor- und Nachteile von meinem Handeln. Und manchmal hilft es auch einfach, nur mal eine Pause zu machen und tief in mich zu gehen. Vielleicht mal eine Minute oder zwei zu meditieren. Und dann sehe ich die Dinge vielleicht klarer. Und dann bekomme ich vielleicht auch den Impuls, zu sagen, okay, ich mache es jetzt. Ein weiterer Tipp ist auch, es zu einem Zeitpunkt zu machen, wo man keine Ablenkungen hat. Zum Beispiel gleich am Morgen. Als erstes am Morgen mache ich es. Das ist auch ein Weg, um Prokrastination zu vermeiden, weil es dann keine Ausrede mehr ergibt. Du musst Ausreden vermeiden. Du musst sagen, ist das eine Ausrede oder ist es tatsächlich ein Grund? Oft neigen wir dazu, Ausreden zu erfinden. Oft sind die Gründe, die wir nennen, warum wir etwas nicht sofort tun, eine Ausrede. Also, ich hoffe, dies hilft dir, Prokrastination zu vermeiden. Was möchtest du wirklich? Was sind die Vor- und Nachteile deines Handelns? Gehe in dich. Was sind deine Bedürfnisse? Wie kannst du sie erfüllen? Und dann sind die Gründe, die du nennst, tatsächlich gute Gründe oder sind es nur Ausreden? Das sind meine Tipps bezüglich Prokrastination. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hilft. Sag mir Bescheid in den Kommentaren. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!